Einer der Hauptvorteile des 3D-Ultraschalls ist seine Fähigkeit, Strukturen zu zeigen, die schwer zu erkennen sind. Diese ermöglicht ein besseres Verständnis und eine genaue Diagnose, bestimmte Zustände und räumliche Beziehungen im untersuchten Bereich. Heute werden wir darüber sprechen, wie die 3D-Ultraschall zur Überwachung und Diagnose dieser Zustände verwendet wird. Alles beginnt mit den Standardmessungen, die wir Ultraschalluntersuchungen führen, anschließend des Kopfumfangs, des Bauchumfangs und der Länge des Femurs. Der 3D-Ultraschall bietet die Möglichkeit, diese Messungen detailliert zu analysieren und ein kleines Bild von der Entwicklung des Fetus zu erhalten. Darüber hinaus verwenden wir den 3D-Ultraschall, um volumetrische Messungen durchzuführen, was besonders nützlich ist, um das Wachstum des Fetus zu überwachen. Besonders begeistert sind wir von den Möglichkeiten, die der 3D-Ultraschall für die Untersuchung des Herzens bietet. Eine faszinierende Eigenschaft des 3D-Ultraschalls ist seine Fähigkeit, mit Hilfe verschiedener Softwarealgorithmen, automatische Messungen wie den Kopfumfang zu erlangen. Dies erleichtert den Diagnoseprozess erheblich, macht dich schneller und präziser. Besonders begeistert sind wir für die Möglichkeiten, die die 3D-Ultraschall für die Untersuchung des fetalen Herzens bietet. Mit Stickfunktion können wir die Herzstrukturen detailliert analysieren, was einen Fortschritt in der Pernataldiagnostik darstellt. Neben dem Herzen verwenden wir die 3D-Ultraschall bei der Untersuchung der Bauchstrukturen, insbesondere der Nieren. Diese Technologie ermöglicht es uns, ein Volumenbild der Nieren zu erhalten, das unsere diagnostische Genauigkeit verbessert. Obwohl der 3D-Ultraschall viele Vorteile bietet, es ist wichtig, mit den hochwertigen 2D-Bildern zu beginnen. Die Qualität des empfänglichen 2D-Bilders ist entscheidend für den erfolgreichen Einsatz der 3D-Ultraschalls. Trotz der besten 2D-Bildern kann die Anstellung der 3D-Ultraschallparameter jedoch eine Herausforderung darstellen. Daher sind die Ausbildung und Erfahrung des medizinischen Personals entscheidend, um das volle Potenzial des 3D-Ultraschalls zu nutzen. Zudem kann die Anpassung der 3D-Ultraschallanstellungen zeitaufwendig sein, ein Bereich, in dem künstliche Intelligenz erhebliche Vorteile bieten könnte. Die Integration künstlicher Intelligenz in der 3D-Ultraschallsysteme könnte die Art und Weise, wie wir Diagnose durchführen, dramatisch verändern. Die Entwicklung und Entwendung künstlicher Intelligenz könnten den Diagnoseprozess beschleunigen und die Belastung für das medizinische Personal verringern. Mit Blick auf die Zukunft verspricht der 3D-Ultraschall mit integrierter künstlicher Intelligenz bedeutende Verbesserung in Bezug auf Geschwindigkeit, Effizienz und Genauigkeit der pernatalen Diagnostik. Unsere Klinik ist darauf ausgerichtet, diese technologischen Trends zu verfolgen und in der Praxis umzusetzen. Wir glauben, dass kontinuierliche Bildung und Zusammenarbeit die Schlüsse zum Fortschritt in der medizinischen Diagnostik sind. Durch den Austausch von Wissen und Entfragungen können wir gemeinsam Herausforderungen überwinden und das Potenzial des 3D-Ultraschalls voll ausschöpfen. Ich hoffe, dass Sie auch meine Leidenschaft für die pränatale Diagnostik teilen. Ich stehe Ihnen vor Fragen und Diskussionen zu den Themen, die wir heute behandelt haben, zur Verfügung. Gemeinsam können wir die Zukunft der medizinischen Diagnostik gestalten und unseren Patienten die bestmögliche Versorgung bieten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.